Untertitelung des ZDF, 2020 Er ist der Grund, weswegen mein Großvater ausgewandert ist. Soeben hat Deutschland Russland den Krieg erklärt. Sie sind verharrtet. Das Leben hält noch wunderbare Dinge für Sie bereit. Sie sind ein Volksverräter. Als nächstes wird man Ihre Söhne befragen. Das ist wunderschön. Ich schenke es dir. Hat er dein Talente? Die Musik bedeutet ihm anscheinend schon sehr viel. Musik. Meine Damen und Herren. Udo Jürgen. Das sieht toll aus. Wir müssen endlich beginnen von uns selbst zu erzählen. Von unserem Land. Die Zeit der Schnulzen geht vorüber. Sie können auch sofort alles selbst komponieren. Aber nicht mehr bei uns. Udo, geh deinen Weg. So hat es dein Großvater auch gemacht. Mein Großvater hat einmal zu mir gesagt, diese Figur würde immer auf mich aufpassen. Sie, zwei, eins. Siebten Jahr, blondes Haar, so stand sie vor mir. Siebten Jahr, blondes Haar, wie freundlich zu dir. Siebten Jahr, wie freundlich zu dir.